Was geht ab? Wir haben Samstag, 13.10 Uhr glaube ich, und was ist ein Datum? Ende August. Eintracht spielt heute gegen Bielefeld. Wenn ihr den Kanal BNTV hat, hat 2057 Abonnenten glaube ich. Klicks weiß ich nicht, das ist Philipp oder Marc. Das müsst ihr mal sagen. Sie heißen doch Marc. Jedenfalls, es war nicht geplant, dass ich jetzt ein Video mache, aber ich bin gerade hier von da nach da losgefahren und habe kurz 8 Minuten oder so. Das werden wir jetzt machen. Eintracht spielt gegen Bielefeld und wie schlimm es auch ist, das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht und Bielefeld ist heutzutage leider wirklich absolute Nebensache. Denn, ähm, was da gerade bei Eintracht Frankfurt passiert, ist fürchterlich. Was soll das? Mach deine Sirene aus. Ja? Man hat, man sieht dich, Kollege. Sie sind einfach gestört hier, ja? Kein Respekt. Jedenfalls, ähm, ja. Was geht ab, liebe Leute? Was geht ab, ja? Wir kriegen ja nur Meldungen, Meldungen, Meldungen. Was kann man davon glauben? Was nicht, ja? Ähm, es ist sehr schwierig bei all den Sportjournalisten, sogenannten, die jetzt, äh, Twitter-Menschen sind. Und, äh, boah, ja? Also ich bin auch auf Transfermarkt, wie ihr alle, und, äh, lese da eine Quelle, da einen Bericht und so was. Und, ähm, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst um Eintracht Frankfurt. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Denn so, wie es gerade nach außen wirkt, geht es nur mir so, oder muss man einfach sagen, dass Eintracht Frankfurt mal in, äh, in, äh, in einer Situation war, oder beziehungsweise ein Ruf hatte, ein Image hatte, von so einem Chaos-Club wie Schalke und, und, und Bremen und Hamburg es waren, bevor Bruchhagen kam. Wir waren kurz im Ruin, Bruchhagen kam, hat uns Serie unattraktiv gemacht, aber seriös, ja? Und dafür muss man ihm dankbar sein, als Eintracht-Fan, ja? Also Eintracht war echt kurz im Absturz und er hat uns echt stark konsolidiert, ja? Er hat uns souverän aus den Schulden geholt und uns stabilisiert in der ersten Liga und, ähm, dann kam Bob Mitch, hat uns auf das nächste Level gebracht und sowas. Und, aber in beiden Amtszeiten wurde Eintracht Frankfurt absolut seriös geführt. Keine Skandale nach außen hin, keine Probleme, äh, keine schlechte Presse, eigentlich nur gute Presse, mit den Fans im Rücken, die Europa, äh, Eintracht Frankfurt weltweit, äh, bekannt gemacht haben durch ihre Performance in der Europa League und sowas. Eintracht Frankfurt an Image einfach nur so krass dazugewonnen und, äh, wurde einfach ein geiler, noch geilerer Verein für die Außenwahrnehmung, ja? So, ich habe so ein Gefühl, das fängt an, es fängt damit an, ich möchte wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, aber, äh, so eine Grundstimmung von, ja, meinen totalen Umbruch. Bob Mitch weg, Hütter weg. Kreusche da, Glasner da. Glasner kann am wenigsten für irgendwas. Ähm, ja, ich muss einfach sagen, sorry, wirklich sorry, möchte niemandem zu nah treten, aber, dass Glasner ein guter Trainer ist, hat er in Wolfsburg bewiesen, meiner Meinung nach, in Österreich hat er auch gut gearbeitet, ja? Äh, wenn du Glasner, äh, das gibst, was er braucht zum Arbeiten, und damit meine ich jetzt nicht teure Einkäufe, einfach die Strukturen, ein Team und sowas, wird er das schon gut machen, ja? Bei Kreusche, weiß ich nicht, ich finde, ich weiß es nicht, aber er wirkt leider nicht sehr glücklich in seiner Position aktuell, ja? Ja, nicht, dass er jetzt, ich meine, vom Gemütszustand glücklich, ja, ich meine, wirklich, das, was so irgendwie, ich weiß nicht, liegt es an Bobic, ja? Ja, dass Bobic einfach hier, er war hier, was ist, ich weiß gar nicht, wie ich das einstufen soll, als Bobic hier war, waren wir ein seriös geführter Verein, alles war toll, alles war super nach außen, professionell, ja? Ja, kaum ist Bobic weg, bricht hier alles zusammen. Warum? Will man jetzt sagen, Bobic war so gut, es lag an ihm, oder hat er nach mir die Sintflut, alles schon darauf angelegt und nur an sich gedacht, dass es gut aussieht, solange er da ist, ja? Aber sollte es nicht auch irgendwie in der Verantwortung eines Managers liegen, wenn man einen Verein übergibt an seinen Nachfolger, dass der Verein weiterhin solide arbeiten kann, ja? Weil so wie es mittlerweile rüberkommt, ist, dass, ja, Kreusche, dem waren wohl die Hände gebunden bei dem Silver Deal und anscheinend hat Bobic auch Junis versprochen, dass da irgendwie mehr Geld fließen wird anscheinend, ja? Bobic ist aber weg, Junis war unglücklich, anscheinend hat Bobic auch Kostic versprochen, dass, was weiß ich, was er eben da versprochen hat, ja? Wenn du solche Sachen versprichst und mit dem Wissen du wechselst und selbst wenn du spontan wechseln solltest, ist ein absolutes Chaos vorprogrammiert, denn du kannst den Spielern nicht mal böse sein, wenn du, ey, ist ja dann, wenn es wirklich so ist, kannst du ja nicht mal, dem böse sein, weil die einfach nur ihr gutes Recht einfordern, was ihnen von ihrem Chef versprochen wurde, dass man das nicht schriftlich festhält oder wie auch immer, ja? Eine mündliche Zusage zählt in Deutschland auch, aber, ja, Beweis ist sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, dass dann Spieler bockig werden, ja, gut, kann man verstehen, ja, möchte ich jetzt nicht verteidigen oder sowas, ja, aber, ähm, dass dann Spieler, äh, den Wechsel forcieren möchten, so, ja, wie, äh, dachte er, wie ein Blitzer, äh, wie Junis oder sowas. Und jetzt auch kostet, was passiert hier eigentlich, ja? Ich möchte aber auch sagen, äh, das mit, 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 mit Krüche, das wirkt so unglücklich in der Rolle, ja, ich weiß nicht, ist er überfordert oder was, weil das, was ich bis jetzt lese und mitbekomme, ich berufe mich nur auf diese Medienquellen, ja? Ich weiß nicht, ob, wie das jetzt alles da zusammenhängt, aber, ähm, also, ich weiß, also, ich weiß nicht, wenn es nicht zusammenhängt, ich meine, ich weiß nicht, wie, äh, wie viel davon stimmt und was nicht und sowas, aber, wenn ich lese, dass man einen Junis für 4 Millionen, das habe ich ja schon angesprochen, nach Saudi-Arabien abgeben möchte, wenn ich, wenn ich schon lese, dass man einen, dass ein Zuber anscheinend eine super EM gespielt hat, aufgrund dessen Angebote kriegt und man hört Namen wie, man weiß natürlich nicht, inwiefern das stimmt von den russischen Teams und englischen Teams und sonstigen Teams und dann, ähm, das am wahrscheinlichsten ist, dass er wohl nach Griechenland wechselt, was jetzt natürlich jetzt nicht die, die, die nichts gegen Griechenland und den griechischen Fußball, aber es ist ja wohl, äh, Fakt, dass es da bessere Adressen gibt, wenn du als, äh, Sportler, Leistungssportler, Fußball, da noch was reißen möchtest in deiner Karriere, ja? Ähm, ähm, und selbst dann war das so ein Deal, wo die einen kleinen Betrag zahlen und nur eine Laie mit einer Kaufoption, was bringt dir das? Du brauchst Geld, du musst Geld generieren, um dich selbst zu verstärken, weil dein Kader offensichtlich noch nicht fertig ist, also komplett augenscheinlich, das sieht jeder, dass dein Kader selbst noch nicht fertig ist, die fehlten Stürmer, die fehlten zentraler Mittelfeldspieler, ähm, am besten, was in der Verteidigung und rechtsaußen und was weiß ich, ja? Und mit, kostet sich, ja, was weiß ich was sagen, ja? So, ähm, wie kannst du dann, wenn es denn so stimmen sollte, wie kannst du dann einen Deal abschließen für einen Zuber, der ja anscheinend Angebote hatte, wenn alles stimmt, so was man so berichtet hat, falls es stimmt, ja? Was war das, eine Million, zwei Millionen auszuleihen und die haben eine Kaufoption, am Ende ziehen die nicht und du bleibst wieder auf dem Spieler sitzen, wer braucht es, ja? Also solche Deals, man hat echt das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt über Wert einkauft und unter Wert verkauft, aber deutlich unter Wert, ja? Und das ganze Theater jetzt, sorry, ich komme gar nicht zum Spiel, merke ich gerade, ja? Machen wir es mal kurz, ja? Eintracht Frankfurt in Bielefeld, natürlich ist es im Normalfall ein Selbstläufer, dass Eintracht Frankfurt das gewinnen muss, Eintracht Frankfurt, äh, hatte, war auf dem Weg der Besserung, man hat deutliche Ansätze einer Steigerung, äh, erlebt, dass die Spielidee von Glasner greift, langsam, aber sicher, ähm, man hat sehr gute Kombinationen gesehen von unseren Neuzugängen, langsam lernt sich die Mannschaft kennen und, äh, ich bin der festen Meinung, wenn alles glatt gelaufen wäre, wenn alles, wenn es kein Problem im Hintergrund gegeben hätte, oder geben würde, dann, ähm, bringt Eintracht Frankfurt das sicher nach Hause, ja? 3-0, ja? Und, äh, wie wir spielen sollten, ist gerade völlig egal, ja? Weil kostet jetzt diese ganze Thematik, also was ist das überhaupt, ja? Es ist doch unglaublich, was da gerade passiert, dass, ähm, wie hat sich das denn hochgeschaukelt, ja? Ich bin sprachlos, ihr merkt es, das war jetzt kein geplantes Video, aber ich, äh, verfolge das, äh, krasser als, äh, den Bitcoin-Kurs, ja? Weil es, ich wurde gefragt, ob ich noch ein Krippdus bei Natanz, bin ich noch ein Krippdus? Jungs, Jungs, ja, natürlich, also, jedenfalls, ähm, kostet sich wohl in Frankfurt, bla bla, wurde immer gesagt. Kröschel sagt, ja, Glasner sagt, er glaubt, er bleibt. Kröschel sagt, er fühlt sich hier wohl, es gibt kein konkretes Angebot für ihn. Irgendwelche Mittelsmänner, äh, sind an Eintracht Frankfurt herangetreten, haben da irgendwas, mit Kostig wäre man sich schon einig, er verdient da, wo, ich hab jetzt irgendeinen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, wo, hässlich rund, hässlich rund, hässlich rund, äh, hässlich rund, äh, irgendwelche Details zum Deal oder sowas, er würde, ich hab's nicht ganz verstanden, ich hab's überflogen, was steht da? Er verdient, er würde doppelt so viel verdienen wie bei der Eintracht, am Ende stand da nur irgendwas mit 2 Millionen und mehr, ich weiß, ich hab's nicht gecheckt, aber er würde auf jeden Fall deutlich mehr verdienen als bei der Eintracht. Und, bei Lazio Rom, ja, aber, die bieten nur 9 Millionen, 10 Millionen, was, irgend, irgend so eine, 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 eine Beleidigung bieten die da, wirklich eine Beleidigung, was offensichtlich ein, so ein, ein ins Gesicht spucken ist, wirklich, ja. Ja, wenn die ihn haben wollten, ja, und es, was, es hat auch irgendeiner bei Transfermarkt geschrieben, wo ich sage, ey, Digga, du hast recht, ja, es hat ja niemand gesagt, du darfst nicht wechseln, ja, es hat doch niemand gesagt, du hast irgendeine Zusage von Bobic, dass du wechseln darfst, super, du hast bestimmt nicht die Zusage, weil wenn das so ist, wenn das so ist, dann, ähm, müsste man nochmal ein ernstes, äh, Wörtchen reden bei dem Knochen, umbrechen mit Bobic, ja, so, weil, äh, dass er ihm die Zusage gegeben hat, für, äh, für, für Kleingeld zu wechseln, ja, er hat anscheinend, also, man hat, niemand, niemand hat gesagt, du darfst nicht wechseln, natürlich keiner wechseln, kein Thema, ja, ihr merkt, ich war die ganze Zeit, vielleicht merkt das nicht, ich war die ganze Zeit schon im Kreis, ja, so, äh, er darf ja wechseln, ja, wenn die Konditionen stimmen, ob, Eintracht Frankfurt ist in einer Scheißposition, wenn sowas passiert, aber irgendwann ist auch Schluss, mit dem ganzen Scheißdreck, der hier veranstaltet wird, mit dem Drextrainer, mit dem Drecksmanager, die auf, äh, so, äh, komische Art und Weise hier, äh, ihre Show abziehen, dann mit, äh, Junis, der, äh, 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 sehr unangenehm aufgefallen ist, gegen Ende hin, ja, sehr negativ, wechselgeplatzt anscheinend, muss in Frankfurt bleiben, wenn nicht noch irgendwas passiert, ja, und jetzt Kostic, schien alles wunderbar zu sein, er schien in Frankfurt angekommen zu sein, sich zu Hause zu fühlen, ja, ich will gar nicht, äh, klingen wie so ein zwölfjähriges Mädchen, das wieder mal, äh, verliebt ist und, um, 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 28. Typ verlassen wurde, ja, weil die 28 mal gedacht hat, das ist die wahre Liebe, ja, äh, ähm, es gibt keine Fußballromantik mehr, gibt es nicht, ja, wenn er dann sagt, er fühlt sich wohl in der Stadt, das ist ihm scheißegal, der nächste kommt, bietet eine Million mehr, der ist weg, ja, es ist logisch, klar, ja, aber, wir sind, wir haben drei Tage vor Transfer-Schluss, ja, Gerüchte gab's immer, es gab nicht wirklich irgendwelche konkreten, äh, Zusagen, ja, aber es ist auch krass mit Ronaldo, ja, der steigt morgens im Flieger, um bei Manchester City zu unterschreiben, irgendwas hat nicht geklappt und sein, äh, Ravioli, äh, äh, Spielerberater, äh, bringt ihn nur noch im selben Atemzug in den zwei Stunden, wo er geflogen ist, irgendwie noch bei City, bei, äh, United unter, das ist, dieses krasses, äh, Menschenhandel, ähm, der allergrößter Güte-Klasse, ja, und, ähm, ja, das, äh, Kostic, ähm, Trainingsspänzt, Abschlusstraining-Schwänzt, nicht zur Verfügung, ey, das muss man sich mal geben, nicht zur Verfügung steht, zum Spiel gegen Bielefeld und das auch noch ausrichten lässt, nicht mal selbst die Eier hat, das Ganze durchzuziehen, jetzt in so einen Streik geht, also Frankfurter macht so langsam, echt, entwickelt so einen eigenen Wettbewerb an, ähm, ähm, äh, Art und Weisen der Ekelhaftigkeit, wie man sein Vermächtnis hier am ekelhaftesten, äh, zerstören kann, ja, angefangen bei, ich weiß nicht, in der Vergangenheit vielleicht schon bei einigen mehr, aber bei Niko Kovac, ja, so, wie man sein Vermächtnis auf, äh, äh, ekelhafteste Art und Weise hier einreißen kann, und das hat sich dann immer weiter gesteigert und gesteigert und gesteigert, und, ähm, ähm, äh, Younes hat das schon echt sehr negativ gemacht, aber, was kostet sich grad abziehen, also, wenn man, also, das hätte man nicht erwartet, ja, ich bin nicht überrascht, nicht, weil ich es ihm zugetraut hätte, sondern einfach, weil ich gesagt habe, nach Hütter, ich glaube, nix mehr im Fußball, nix mehr, ja, finde es nur schrecklich, weil ich mir Sorgen mache um meinen Verein, so, wenn es so stimmt, dass Kostic uns unbedingt verlassen will, schon mit Lazio einiges, und dieses, äh, Scheiß-Team aus Lazio, was übrigens, äh, absolut kein, was ist, was, also spielt er Champions League, nein, spielt Euro League genau wie mit Eintracht, äh, also, will er, will er, äh, da, äh, Pasta essen, naja, oder was, keine Ahnung, warum man da hingeht, er kriegt mehr Geld, sei es drum, ja, geh, alles Gute, ja, aber wenn dieser Mannschaft, dieser Verein, uns wirklich erpressen möchte, ihm sagt, Schwänze, streike dich weg, weil wir dir nur 10 Millionen bieten für dich, was, äh, wo der Markt halt 35 ist, und, 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 lass mal 35 Euro sein bei Corona-Zeiten, ja, wir sagen ja, ähm, 25, gehen ja schon runter vom Marktwert und sowas, ja, 25, Corona hin oder her, für einen der besten Linksaußen-Schienenspieler der Welt, muss man sagen, Schienenspieler, ich rede nicht von Linksaußen-Stürmern und Linksaußen-Verteidigern, ich rede von jemandem, der beides kann in einem Spiel und marschiert und marschiert, ja, da ist 25 Millionen angemessen, vollkommen, und wenn die es nicht haben, dann kriegt ihr ihn nicht, ganz einfach, wer ist Eintracht Frankfurt, verdammt nochmal zum hunderttausendsten Mal, dass wir was zu verschenken haben, ja, ähm, wer sind wir, der Weihnachtsmann oder was, ja, sind unsere Farben, sind zwar, in unseren Farben sind rot und weiß, ja, aber wir sind nicht der Weihnachtsmann, verdammte Scheiße, ja, was passiert hier, was, 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 was denken die, ja, wir sind der Nikolaus, schenken irgendwas, schon frühweihnachtlich, ja, ähm, das gibt es nicht, ja, was passiert hier, Eintracht Frankfurt, du musst einfach sagen, ey, wir wollen mindestens 25 Millionen am besten noch mit irgendwelchen Bonis, ja, von mir aus mach 20 Millionen mit, 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 mit irgendwelchen Bonis, von mir aus, ja, die aber so Bonis, die du dann sicher reinkriegst, vielleicht im nächsten Jahr, ja, so was, aber hol dir safe dein Geld jetzt, und mach auch keine Leihscheiße, dass die eine Kaufpflicht haben in einem Jahr, was, wer weiß, was dann mit denen ist, ob die das zahlen können, wollen, mit Westam haben wir gesehen, wie diese ganze Scheiße funktioniert, was übrigens auch so ein Bobbittstiel war, ähm, ja, ähm, hol dir das Geld jetzt, ja, das meiste, investier es in deine Mannschaft, fertig, er will gehen, dann sollen die zahlen, ja, wir haben nichts zu verschenken, und wenn er nicht will, und wenn der streikt, und wenn sein Scheiß, und wenn sein Scheißberater, und wer auch immer ihm noch irgendein Scheiß in den Kopf setzt, also, Jonas, wenn er dann hierbleiben sollte jetzt, wird es schon schwer haben, sich zu rehabilitieren, aber, man muss sagen, er hat bis zuletzt trainiert, mit trainiert, und ist bei der Mannschaft gewesen, und hat es halt so gemacht, wie er gemacht hat, aber, ja, aber, Training, vorsätzlich zu schwänzen, nicht zum Spiel zu erscheinen, ja, wobei du Leistungsträger bist, und das weißt du, ja, deine Mannschaft so im Stich zu lassen, so krass auf den Verein zu scheißen, der dich eigentlich dort hingebracht hat, wo du bist, ja, du warst ein sehr vielversprechender Spieler, der zweimal mit zwei Bundesligamannschaften direkt hintereinander abgestiegen ist, ja, so, ähm, ja, direkt oder indirekt, ja, mit Hamburg war, glaube ich, das Freisaisonsbefall, egal, ja, ähm, die ist die Karriere im Arsch eigentlich, ja, und dann so krass auf den Verein zu scheißen, also, also, haha, muss man eigentlich sagen, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, in diesem Verein, was ich ja auch habe, aber das ist geheim, das darf ich euch nicht erzählen, ja, ich sag hier, ich würde dich noch nicht mal auf die Tribüne setzen, ich würde sagen, bleib einfach nur zu Hause, bleib einfach nur zu Hause, ja, du spielst nicht, ja, und ich würde, es hat auch irgendeiner geschrieben, das fand ich geil, ich würde Strafen, ich würde Strafen etablieren, pro gestreikten Tag, eiskalt, wenn du nicht offiziell krank gemeldet bist, diese kennt diese ganzen Tricks mit, diese Krankschreibung und sowas, wenn das nicht offiziell so ist, dann, ähm, gibt es Strafen, das heißt, du bist beim neuen Arbeitgeber, du hast dich weggestreikt, du hast das irgendwie geschafft, du bist dort angekommen, darfst aber pro gestreikten Tag ein Spiel oder was weiß ich, paar Spiele nicht spielen oder sowas, boah, das, das wäre gut, das wäre eine gute Sache, sage ich euch, und, ähm, ich bin, ich bin schockiert, ich bin wirklich schockiert über diese Entwicklung von, von Kostic und, ähm, ja, das geht es um mich, das geht einfach nicht, liebe Leute, und, ähm, würde ich in Eiskalt auch die, äh, Eintracht Frankfurt darf nicht klein beigeben, sorry, ja, wir haben mir nichts zu verschenken, wir sind auch kein Clownsverein, ja, und da habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, aber bei, bei Kröscher, ich habe noch nicht so das Gefühl, dass da, dass da so ein harter Typ ist, der verhandeln kann, du musst kein harter Typ sein, ja, aber du musst einfach konsequent sein, ja, du musst, das ist immer besser, wenn du Schlitzohr bist, ja, wenn du weißt, wie du irgendwie das kriegst, was du brauchst und willst, für dich und für den Verein, ja, das war Bobic, zumindest für sich, und der Verein hat schon davon profitiert, muss man schon sagen, ja, aber jetzt kommt einiges raus, wo du denkst, okay, der hat Schlitzohr nur für sich gemacht, ja, und, ähm, ich weiß, äh, Kröscher, der Markus macht für mich noch nicht so einen Eindruck, als wäre das Schlitzohr überhaupt, ja, weil, so, ich weiß nicht, ja, also könnt gerne eure Meinung dazu nennen, aber, ähm, Eintracht Frankfurt darf sich ja jetzt nicht, also, äh, verarschen lassen, ja, da muss, da muss jetzt einfach, ähm, gesagt werden, Lazio, ihr zahlt 25 Millionen, plus Offen, und zwar jetzt, ohne Kaufoption, ist mir scheißegal, was für Kaufoption nix ist, wir brauchen jetzt Geld, um in die Mannschaft noch schnell kurzfristig zu investieren, oder, das wird nix, ja, und dann, äh, was, äh, scheiß mir jetzt auf Kostik, ich bin so enttäuscht, einfach nur jetzt meine ganze Situation, ich habe einfach nur Angst, dass Eintracht Frankfurt zusammenbricht heute, ja, ich glaube schon an einen Sieg, aber diese ganze Situation mit Yunus und Kostik ist weg auf einmal, und er war ja schon Leader im Team, also, sprich, schon so, ähm, es war ja der Star, neben selber, ja, wenn er wechselt, wenn er wechseln will, soll er wechseln, kann man nicht aufhalten, ja, aber dass es dann so unschön ist, das ist scheiße für die Psyche der Spieler, ja, und, ähm, jetzt neuer, neuer, äh, was haben wir, wie heißt der, von, von Dings, äh, unser neuer Mittelfeldspieler wahrscheinlich, ja, dieser Jugu, ähm, ich weiß nicht, also, das, was ich gelesen habe von ihm, er ist jetzt nicht so stabil, was ich da gelesen habe, also, er ist so ein Kämpfer, so ein Terrier, ja, aber soll es nicht so stark sein, ja, ich weiß es nicht, wenn es alles stimmt, ich würde mich gerne überraschen, aber dann sieben Millionen zu geben, plus, äh, äh, paar Millionen obendrauf, die da noch zustande kommen, ey, da will ich echt nichts Falsches sagen, weil ich kenne ihn nicht, aber das, was ich gelesen habe von Leuten, die ihn angeblich kennen, und die ihn gut beschrieben haben, also, die haben ihn beschrieben, ob das wirklich zutrifft, muss man sehen, ein aggressiver Typ, der auf den Ball geht und hin und her, aber, da denke ich mir, da hätte ich mir mehr auch von so einem Thüram, oder sowas, der dann auch was am Ball kann, und auch was für einen Spielaufbau leisten kann, nicht einfach nur ein Zerstörer, ja, das hat noch nie bei der Eintracht wirklich Perspektive gehabt, es gab immer die Zerstörer im Team, aber da mit, 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 äh, wer ist denn der, äh, Ilse, und, äh, hatten wir ja mit Core und so Spielern, ja, Hardcore, bla, 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 ja, ich weiß nicht, warum man dann Zalazar abgegeben hat, ja, also, es wirkt für mich nicht verständlich, was da bei der Eintracht passiert bis jetzt, transfermäßig, es hat am Anfang, es sah noch am Anfang gut aus, ja, Silva verlässt uns, kurz danach kam Boré, ein Stürmer für Stürmer, okay, dann, äh, so langsam kam der und der, ja, es ist alles schön und gut, so, aber so krass in der Offensive verstärkt, so, wobei das jetzt mittlerweile auch so, ja, sieht nicht danach aus, aber es kam ja fast nur Offensivspieler, und, ähm, ich, äh, muss einfach abwarten, ich muss einfach abwarten, vielleicht ihr auch, ich weiß nicht, ihr könnt eure, also sagt mal eure Meinung dazu, ich muss das jetzt sacken lassen, es ist das gleiche Spiel, ich muss noch ein paar Zipiko-Scheine machen, und, äh, ich bin bedient, ja, ich bin schockiert, ich bin bedient und schockiert, so, ich habe leider keine Glückskekse hier im Auto, aber, ähm, ja, echt Sorgen, wir haben echt Sorgen, dass uns diese Unruhe in so einen Negativstrudel reinbringt, ja, und das Kröscher, der überfordert ist, und Oliver Glasner das nicht hinkriegt, jetzt erstmal, ohne ihm irgendwas absprechen zu wollen an Qualität, aber, das ist einfach eine scheiß Situation, wenn, äh, du den besten Stürmer verlierst, dann den Leistungsträger Kostic verlierst, äh, auf so unschöne Art verlierst, äh, niemand will dich abziehen, du kriegst nicht mal einen gleichwertigen Ersatz in Geld dafür, dass du dich richtig adäquat verstärkst, adäquat kannst du dich nicht, kannst du dich nicht ersetzen, ja, so, äh, mit seiner Klasse, aber, dass du halt die, äh, geforderten 25 Millionen nimmst, und dann 10 Millionen vielleicht, äh, so um den Dreh, wisst ihr euch meine, 7, 8, 9 Millionen in den Spieler, in den Spieler, und dann vielleicht noch in irgendwas, wo du noch was brauchst, reinsteckst, ja, Ich hab' meinem Hund Hundefutter, ich hab' Okay, ey, ich muss los, ja, schreibt eure Meinung, ich schlade das Video jetzt hoch.